Wir heißen Ari und Loris und das hier ist unser schwimmendes Haus. Man kommt durch Boote wieder zum Festland. Eine dicke Kette verbindet das Haus mit dem Boden. Die Kette ist aber lang genug, dass wenn das Meer steigt, das Haus auch nach oben kommt. Es gibt einen Garten mit Schafen, Katzen und Kühen. Es gibt viele Fenster und man kann auf das Dach gehen. Hier oben gibt es einen schönen Pool und Liegen. Den Strom kriegt man durch Solaranlagen. Also ist dieses Haus eher für warme Länder geeignet.